Das Saarland ist in Sachen Tourismus auf dem Erfolgskurs. Den können wir aber nur weiter einhalten, wenn wir auch qualifizierte, motivierte und damit auch gut ausgebildete und vor allem auch gut bezahlte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Insofern bin ich sehr froh, dass vor allem auch NGG, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das für sich entdeckt haben und daran arbeiten. Denn nur gute Arbeit führt zu guten Ergebnissen und führt zu einem erfolgreichen Tourismus hier im Saarland. Ich freue mich, dass ich die Gelegenheit hatte, mich auch mit einigen aus der Branche intensiv auszutauschen. Ich glaube, wir sind schon auf einem guten Weg, aber es gibt auch noch viel zu tun. Für viele müssen wir noch für bessere Bedingungen auf ihrem Arbeitsplatz sorgen. Dafür brauchen wir engagierte Mitarbeiter, aber auch gut aufgestellte Werkschaften und wir wollen als Landesregierung dabei helfen.